Dringend. Borussia Mönchengladbach ohne zwei Schlüsselspieler gegen Augsburg. Liebhaber von Borussia Mönchengladbach, haltet eure Herzen fest. Die Atmosphäre in der deutschen Mannschaft ist so gespannt wie nie zuvor und es besteht die Möglichkeit, dass im nächsten Duell gegen Augsburg zwei Schlüsselspieler fehlen. Bleibt bei uns, um alle Einzelheiten zu erfahren. Meldet euch zunächst auf unserem Kanal an, um stets über die neuesten Entwicklungen bei Gladbach informiert zu sein. Es ist an der Zeit, tief in das Drama einzutauchen, das diesem entscheidenden Duell vorausgeht. Vor dem mit Spannung erwarteten Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am kommenden Sonntag um 17 Uhr und 30 Minuten hegt Borussia Mönchengladbach Bedenken bezüglich Alassane Pli und Manu Kone. Alassane Pli, der in der ersten Saisonhälfte mit sieben Toren und drei Vorlagen im Rampenlicht stand, kämpft mit einer Fußverletzung, die vom Verein am Mittwoch offiziell bekannt gegeben wurde. Darüber hinaus steht auch Manu Kone, der eine Zerrung in der rechten Hüftbeugemuskulatur erlitten hat, für das Spiel in Frage. Trainer Gerardo Sioane betonte die Notwendigkeit, den Zustand beider Spieler täglich zu überwachen, um ihre Teilnahme am Sonntag zu bestimmen. Eine wahre Ungewissheit schwebt über dem Spielfeld. Was denken Sie, welche Auswirkungen die Abwesenheit von Alassane Pli und Manu Kone auf die Leistung von Borussia Mönchengladbach gegen Augsburg haben könnte? Teilen Sie Ihre Meinungen und Kommentare mit.